hacker master stick die zweite herzlich willkommen noch mal zurück auf meinem kanal es gibt ein kurzes update video denn in den letzten stunden hat der bauer vom stick so ein bisschen fortschritte gemacht wie ihr seht steht das modell jetzt schon auf eigenen beinen fahrwerk ist montiert tragfläche ist drauf der empfänger ist drin die servos sind alle soweit angeschlossen einzig und allein der höhenruder servo der läuft hier noch ins leeres höhenruder fehlt noch das kommt jetzt gleich noch angelenkt ist die ganze geschichte und funktioniert soweit auch wobei die ruderwege jetzt eben noch nicht eingestellt sind und die ruder auch noch die ruder auch noch in neutralposition gebracht werden müssen aber ansonsten sieht die ganze sache hier schon mal ganz gut aus probleme gemacht hat mir so ein bisschen der einbau des empfänger akkus habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet beim ersten mal hingucken hat so ausgesehen als ob alles passt der spektrum empfänger den ich verwende hat allerdings links und rechts zwei so kleine einschlüsse für die antennen und die verbreitern den akku so ein bisschen und die haben mir jetzt letzten endes diese verbreitungen haben jetzt ein bisschen sorgen gemacht weil der rumpf eben doch relativ schmal ist und dann so fünf sechs millimeter gefehlt haben um den empfänger da unterzukriegen hat aber letzten endes jetzt doch funktioniert und ja ich bin guter dinge dass ich das ding heute noch soweit fertig krieg zumindest vom aufbau her was ich vorher ganz vergessen habe zu erwähnen ich habe das modell bestellt bei modellbau linlinger aus meiner sicht eine absolute top adresse www.linlinger.at ich habe dieses modell am freitag bestellt und bereits gestern am montag war das paket dann schon da ging also alles wirklich rasend schnell allerdings auch beim beim letzten mal bei der letzten bestellung ebenfalls eine blitz lieferung innerhalb von drei tagen finde ich also alles ziemlich cool und werde auch mit sicherheit dort wieder bestellen also meine empfehlung für all diejenigen die mit modellbau irgendwas zu tun haben oder der lust drauf haben mal bei linlinger vorbeischauen lohnt sich auf jeden fall das war's zum kurzen update ich werde das noch ein bisschen weiter basteln und mal sehen ob ich noch ein video hinterher schiebe wenn das ding dann komplett fertig ist bedankt mich fürs zuschauen das soll schon wieder gewesen sein macht's gut bis zum nächsten mal ciao